Volleyball-Spektakel bei den Berliner Meisterschaften 2017. Die Mädels der acht besten Berliner U14-Mannschaften schmettern in der Sporthalle des SLZB neben vergoldetem Edelmetall. Auch um die Qualifikation für die nordostdeutschen Meisterschaften. Spannende Spiele, hochklassiger Sport und geschlossener Teamgeist zeichnen den diesjährigen Wettbewerb aus. Die jungen Talente nutzen hier die Möglichkeit, ihren Sport auf hohem Niveau zu genießen. Mir hat es auch Spaß gemacht. Vor allem konnte man viel lernen, wie die Gegner spielen. Es war eine gelungene Meisterschaft. Es waren tolle Spiele zu sehen. Die Mädels haben sich angestrengt. Und es war immer wieder zu sehen, dass Volleyball ein toller Sport ist. Die qualifizierten Mannschaften zeigen durchweg fantastischen Volleyball-Sport. Die Zuschauer sind begeistert von der Performance. Und besonders bemerkenswert ist, wie sich die Teams untereinander anfeuern. Ohnehin ist den jungen Talenten das Miteinander äußerst wichtig. Denn Teamgeist verbunden mit engen Freundschaften ist bei den Mädels oberstes Gebot. Sport vereint. Also mir macht es eigentlich sehr viel Spaß immer. Und ich finde es auch toll mit den anderen Mannschaften, weil alle sehr nett zueinander sind. Also mir macht es sehr viel Spaß in der Mannschaft zu spielen. Und ich finde es auch schön, wenn man zusammen gewinnt oder verliert. Und ja. Ja, also auf jeden Fall, dass es ein Teamsport ist. Und es macht halt einfach Spaß mit Bewegung. Und ja. Viel Spaß und Freude. Genau. Neben Spaß und Freundschaft geht es hier natürlich auch um Leistung. Das gilt vor allem für die Talentschmiede des Volley-Teams Berlin, die aufgrund ihrer stark leistungsorientierten Vereinsstruktur als Favoritinnen an den Start gehen. Ganz so einfach soll es allerdings nicht werden. Denn vor allem der Marzahner VC überzeugt im Turnierverlauf mit überragenden Spielen. Beide Teams stehen sich am Ende in einem, ja, atemberaubenden Finale gegenüber. Spätestens in dieser Partie haben die Spielerinnen Gänsehaut, denn sie werden tatkräftig und lautstark angefeuert. Mit 2 zu 0 setzt sich VTB am Ende durch, ist Berliner Volleyballmeister und tankt ordentliches Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. Nordostdeutsche müssen wir erstmal mindestens Zweiter werden. Und das sollten wir hinkriegen. Oh ja. Und bei der Deutschen Meisterschaft ist das wahrscheinlich schon etwas schwieriger. Die Berliner Meisterschaften 2017 haben einen verdienten Sieger. Das Volley-Team Berlin und der Marzahner Volleyball-Club sind zwei starke Vertreter Berlins für die kommenden Nordostdeutschen Meisterschaften der weiblichen U14. Hauptstadt Sport TV wünscht wie immer viel Erfolg.